Ich möchte euch, ohne sie zu nennen, von ihr erzählen, wie von einer geliebten, einer untreuten, einer quick-webeligen Frau, die aufwacht im Morgenboot. Sie, die niedergekribbelt wird, verfolgt und gehetzt. Sie, die sich erhebt, die leidet und schreit. Sie, die angekommen wird, verraten und verlassen wird. Sie, die uns den Willen gibt, zu leben und ihr zu folgen, ist unser Ziel und wir werden sehen, wie das ist. Um, liebe Sie, die Ehren. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Gute Nacht Salomne, vous parliez d'elle. Bien-aimé ou mal-aimé, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on m'appelle Révolution Permanente. Un moment, c'est l'heure, c'est elle qui se soulève, qui se fait se perdre, c'est elle comme la raison, was Vielen Dank.